Da ich momentan im Homeoffice bin, kann ich euch nicht meinen Frankfurter Lieblingsplatz zeigen. Stattdessen nehme ich euch mit in meine Heimat, den Rheingau. Ich liebe es, durch die Weinberge zu spazieren mit Blick auf das Niederwalddenkmal und den Rhein. Bis wir alle wieder reisen dürfen, trinkt auch ein Glas Riesling. Bis bald und zum Wohl!